Schiedsrichter Engel aus Rheinsbach, er sieht das meiste richtig, versucht das Spiel laufen zu lassen. Hier abgefälscht, tja, das war ein Eigentor. Sehr schöne Flanke, Pohl und das Tor. Ewald Lienen, 52. Spielminute, 2 zu 0. Schön jetzt zu Schilling, Torwart ausgespielt. 3 zu 0, 57. Minute. Pässe kommen genau, exakt die Drehungen kurz. Norbert Eilenfeld, 72. Minute. Arminia Bielefeld gewinnt überraschend hoch, 4 zu 0. Und hat sich damit das Tor zur Bundesliga weit aufgestoßen.